Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach im Liegen Ihre Bauchmuskeln stärken können. Legen Sie sich dafür auf Ihr Sofa oder einen weichen Teppich. Stellen Sie die Beine auf und legen Sie Ihre Fingerspitzen locker an den Hinterkopf. Die Ellenbogen sind dabei nach außen gedreht. Nun spannen Sie Ihre Bauchmuskeln an und versuchen den Oberkörper langsam aufzurollen, bis sich Ihre Schulterblätter etwas von der Unterlage lösen. Dann geht es wieder zurück in die Rückenlage. Bis zum Sixpack ist es noch ein weiter Weg, aber der Anfang ist mit dieser Übung gemacht. Bis zum nächsten Mal.